So, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu Five Nights at Freddy's Security Breach. Genau, also das Spiel wurde entwickelt von Scott Card natürlich und zusammen mit Steelwood Studios wurde veröffentlicht am 16.12.2021 für PC, PS4 und PS5. Ja, kam aber noch zusätzlich noch für Google Stadia raus und Ende Herbst 2022 für Xbox, was wir auch jetzt gerade über Xbox spielen. Was wollte ich sagen? Ich habe das Spiel schon mal angezockt gehabt, als der Release damals rauskam, habe aber damals einen Rage Quit machen müssen, weil es da zu sehr gebackt hat. Und ja, jetzt war ich gerade mal nochmal überlegen, ob ich es nochmal starten soll, vom Stream oder Let's Play. Okay, hoffe, dass der Bug wieder draußen ist, bei einer bestimmten Stelle. Ich will jetzt nicht spoilern für die, also okay, für die, wo es vielleicht wissen, okay. Für die, wo es nicht wissen, wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen, wo der Bug war. Ja, ich hoffe, dass der mittlerweile, ich hoffe, behoben ist, weil deswegen wollte ich das jetzt mal so machen, dass ich es mal anzocke. Ob daraus jetzt ein Let's Play werden soll, weiß ich noch nicht, aber ich probiere es einfach mal. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass der Bug einfach draußen ist, weil sonst wird sich das echt nicht lohnen, das bis zu Ende durchzuspielen, aber hoffen wir, dass es behoben wurde. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Fassbare Entertainment Ladies and gentlemen, boys and girls, Fassbare Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fassbare. We'll be right back. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind in diesen großen Pizza-Plex-Dingenskirchen hier da Und wie man das so kennt bei den guten alten Five Nights at Freddy's Spielen Wir müssen gucken, dass wir vor 6 Uhr aus dem Laden draußen sind Natürlich, wie man es so kennt Gefahren, Animatronics, Jumpscares und so Und ja, wir dürfen uns halt eben nicht erwischen lassen Äh, wir haben hier zum Glück den guten Freddy Oh mein Gott Ich kann mich da dran nie gewinnen Scan incomplete How odd Your guest profile is unknown to me Who are you? I I'm Gregory Gregory I will notify the main office Connection error I cannot connect to the main network It's her She cut you off She's not going to let you call for help until she finds me Who? Who is looking for you? Your mother? Shh! I hear footsteps! Genau, also wir haben hier Freddy, der uns ja zum Glück hilft That is the security guard, she can help No, no, I don't trust her Why not? I don't know who she is, but she's trying to get me Isn't there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Ah, take this It is a novelty Freddy Fastwatch Also, ja, ich hab jetzt doch nochmal aufhören müssen zu sprechen, weil, wegen den Sequenzen hier Äh, ja, tatsächlich ist es so, dass, äh, Freddy, ach ja, hi, schön, dass du schon mal winkst Ähm, er wird uns tatsächlich, ähm, helfen Äh, so, äh, die Fastwatch von Freddy nehmen Äh, genau, äh, Okay. Ah, okay. Okay, ähm, hallo Gregory, ich bin es Freddy, Frederino, ich bringe dich zum Haupteingang. Allerdings kann in diesem Raum, äh, ich kann diesen, allerdings kann ich diesen Raum nicht verlassen. Es gibt eine Taste zum Öffnen der Wartungskammer, aber es wurde so programmiert, dass ich sie nicht bemerke. Ähm, sie müsste hier irgendwo sein. Äh, okay, also, äh, hier sehen wir die Missionen, die Karte könne man noch nicht öffnen und Kameras gibt es auch noch keine, außer das, was man halt eben da unten sieht. Ähm, ja, okay, ähm, so, wie kommen wir raus? Ah, okay. Äh, irgendwie creepy, wie ihr guckt. Ähm, so, eine Taste, eine Taste, eine Taste, Taste, mal gucken, was gibt es denn hier so? Also das hier, oh, ich kann springen, schön. Äh, was könnte man machen? Ah, okay. Äh. Wo ist denn diese Taste? Ich hab das schon ewig nimmer, also wie gesagt, ich hab's damals schon mal angezockt, aber es ist auch schon ewig her. Eine Taste. Ah, wahrscheinlich die. Äh, wo ist das denn? Äh, äh, okay. Ähm. Gott, ist das dunkel. Ah, hier kann man speichern. Halt die X gedrückt, um deinen Fortschritt zu speichern. Das dauert eine Weile, also bleibt wachsam. Äh, okay. Äh, ja. Äh, ja. So, ähm. Und nun? Ah. Okay, äh, ähm, okay. Das war etwas ungeschickt. Löhle. Ah. Äh. Hergedrückt halten zum Ducken. Ähm. Ich seh nix. Wo bin ich denn? Ach, hier. Äh. Muss ich... Ah, ne. Seh nix. Ich bin blind. Also, Moment mal. Also, so geht das nicht hier. Äh. So, ähm. Komm, spring da drauf. Ah, und jetzt muss ich da irgendwie rein. Ja, los. Ah, jetzt. Es hat so gedauert, aber es geht. Wie geht's? Your performance was perfect tonight. Thank you. Your hair is beautiful. Your tail is beautiful. Everyone was watching you. Everyone loves you. Everyone wants to be you. You are the best. Ich bin die Beste. Ich bin die Beste. Äh, geht's nicht hier lang? Äh. Oh, sag mal. Das ist so dunkel. Ja, diese Geräusche schwirren. Äh, warte. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Ich sehe nichts. Äh. Ne, warte mal. Bin ich jetzt von Dark Com, oder? Ah. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da wieder zurücklaufe, oder laufe ich wieder woanders dahin? Äh. Äh. Ich bin wieder am Anfang. Äh. Oh, ich stumme. Okay. So. Ach so, das war eine Sackgasse. Und jetzt muss ich da lang. Ah. 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 Nö. Nö, doch. Ich sehe eine Wand. Ah. Ich glaube, ich hätte es etwas höher stellen sollen mit der Helligkeit. Kann das sein? Oh, hä? Ah. Der olle Chica. Oh, ey, das ist ja so... Ne, warte mal, von da bin ich doch gekommen. Genau. Ähm. Ähm. Iiii! Ah! Ich sehe nur die Lichter da. Äh, what the? Äh, ich... Ich bin total lost. Ach. Warte mal. Warte mal. So, hier bin ich doch lang. Links... Rechts... Irgendwo... Irgendwo. So, das waren die Funken, die ich gesehen habe. Äh, Leute. Ich bin total lost. Ey, Leute. Ist ja noch schlimmer wie ein Labyrinth, ey. Okay. Vor allem, ich erkenne null. Ich sehe nichts. Ich versuche mich an den Geräuschen zu orientieren. Nein. Schlarmer. Okay. Ah. Hinten wir ruhig mal mehr Lichter hinmachen können. Wo bin ich denn jetzt? Das ist ja Rockstar. Ach du Scheiße, jetzt bin ich hier schon wieder zurück gelaufen. Also das kam acht Stunden später. Na? So, also ich lauf jetzt mal da lang. So, jetzt geh ich mal wieder zurück. Links, rechts. Aber wo geht's denn hier lang? Ach komm. Ah. So, so weit war ich ja auch schon. So, hier sind diese Funken. Ich glaub, ich muss dann hier lang. Und hier war ich dann bei Chica. So. Genau. So. Ähm. Dumme Lampe. Es könnte etwas heller sein. Aber wo geht's denn hier jetzt lang? Aber lauf ich denn da nicht wieder zurück? Gott, bin ich lost, ey. Ich lauf doch wieder grad zurück, oder nicht? Ja, ich bin wieder zurück gelaufen. Oh Leute, das gibt's doch jetzt nicht. So dumm kann man doch nicht sein. Also, das ist Chicas Raum. Offensichtlich. Ecke. Ecke. Nee, jetzt glaub ich wieder zurück. Ich seh einfach nix. Geht's da lang? Ich glaub ja. Äh. Geht's einmal hin? Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Geht's. Ladies and gentlemen, thank you for visiting and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Please make your way to the front of the building where you will be given novelty classes available for unfree-slaut-refill. Oh, das ist klar. Will be so small liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night and we'll see you again soon. Okay, auf Wiedersehen. Achso, ja, stimmt. Warum schleiche ich die? Wir müssen schleichen. Hä? Ah. Das sieht schon creepy aus, irgendwie, ne? Okay. Haha. So. The stupid door won't open. Oh. You are going to need a photopass to open the door. Apologies. I assumed you had one already. Well, you should be able to find one at a convenience counter. Ehh. Okay. Ehh. Freddy photopass. Okay. Ehm. Okay, gut. Die Karte sagt mir jetzt überhaupt nicht, wo ich hin muss, weil es wäre ja, wie gesagt, ich habe das schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich habe das total, weder habe ich es verdrängt, oder Ich muss mal kurz was gucken. Video, Helligkeit, das wäre mal, ich glaube, ich hätte das schon früher machen sollen. Ähh. Äh. Ja. Äh. Hab ich das jetzt noch? So. Okay. Ähm. Viel hat sich jetzt eigentlich getan, glaube ich, nur, dass es etwas greller ist. Wir müssen zur Laden, klasse. Aber es sieht schon gut gemacht aus, also die Grafik ist echt toll, finde ich. Ähm. So. Ähm. Ah. Äh. 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 Okay. Hier geht es auch nicht lang. Ich sage mal. Okay. Ich bin gerade dabei. Er ist da ganz hinten. Oh, Stufe, was? Stufe 10? Okay. Mir stimmt. Ich muss da wahrscheinlich ganz vor. Äh. Äh. Oh. Wem hat es gehakelt? Also, das sieht schon irgendwie creepy aus. Pizza, pizza, pizza. Äh. Also, es ist so dunkel, man sieht da echt gar nichts. Äh. Okay. 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 Was ist das? Ah. Aber hier gehe ich ja wieder zurück. Ja, wo ist denn denn hier die Kassen? sind da die Kassen? Also, ich sehe Boden. Äh. Hallo? Bin ich hier überhaupt richtig? Mal kurz, äh. Okay. Also, wir sind von da gekommen. Die Kassen da vielleicht. Oh, was ist das? A present. Ah, okay. Fotopass, schön. Good job. Now, please, come let me out. Aber liebend gerne. Äh. Ja, du. Äh. und komory, äh, Uh, roxen. Da muss das doch da sein. Ah, taisest doch. Maaha. Ja! Das ist der safestste Weg. Okay, aber du musst vorsichtig sein, um sich herum zu gehen. Ich will nicht, dass ich in einen Meeresprätzle entworfen werde und in einen Meeresprätzle entworfen werde. Ist doch gerade nur so viel Platz wie für ein Säugling oder so. So. Entkommen. Die Hauptlobby des Pizzaplex erreicht. Okay. Und wo muss ich jetzt genau lang? Muss ich da wieder durch? Ah, ne. Wahrscheinlich nicht. Und da? Was ist das? Ach, das ist eine Bühne. Lol. Ah, okay. Okay, dann suchen wir mal nach einer Tür mit einem Icon drauf. Jetzt sehe ich wesentlich mehr. Oh mein Gott, ist das creepy. Was ist das denn? Oh, Springtrap. Hi. Okay. Oh. Witzig. Okay. Ähm. Nicht langschnacken. Gucken wir mal. Achso, ja. Hier kann man nicht durch. Ähm. Eine Tür suchen mit deinem Icon. Okay. Ähm. Ich glaube jetzt halt mal so durch die Gegend. Wie gesagt, da komme ich ja nicht durch. Oh. Das, ähm. Wollte ich nicht. Hallo. Die Hauptlobby. Ja, ähm. Da bin ich ja auf dem Weg. Komm. Komm, wir laufen noch. Ach, da. Oh. So. Äh. Ja. Ich sehe immer noch seit dunkel, finde ich. Äh. Äh. Was war das? Ich hab doch was krabbeln gehört hier irgendwie oder so oder was. Ah. Äh. Geht's noch weiter runter? Da. Oh, ja. Hallo. Little boy. If you're down here, say something. She's down here. We have to go back. Do not worry, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. However, we should still do our best to avoid her. If I am sent back to my room, we will never get to the lobby before midnight. I feel you are broken. Don't worry about it, I'm fine. No. I feel that something is wrong. I am taking you to the first aid station. There's no time. I'm fine. Oh, er läuft selber dazu. Ich find das nett. Gut, schön, läuft er selber. Aha. So. Äh. Hä? Hi. Hi. Äh, okay. Also, wahrscheinlich soll ich da jetzt rein. Okay. I'm fine. I'm fine. Okay. Okay. Wir sind etwa 15 Minuten ab und ein Kind ist schnappend. Wenn Sie nichts sehen, mich sofort bemerkst. Ich habe bereits alertet die anderen. Jetzt gehen Sie zurück in Ihre Wohnung. Okay. Okay. Wenn Sie so sagen. So, wo geht es denn jetzt hier lang? Ich würde mal sagen... Hier nicht. Äh... Ah, wahrscheinlich da. Oder so. Oder auch nicht. Ach doch, hier. Ach Freddy, du hast doch so schöne Taschenlampen-Augen. Wo sind wir? Wir sind jetzt unter dem Pizza-Plex. Diese Tunnel-Tunnel-Tunnel verbinden alle die Atragungen. Wir können überall in der Gebäude gehen? Faser-Blast, Monty-Golf, Roxy Raceway. Sie sind alle für die Staffel-Augen, mit hohen genug Entfernung, natürlich. Die Gäste sind immer laut hier. Aber, äh... Ihr ist eine spezielle Situation. Lade-Stand... Äh... Lade-Stand niedrig, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig bin. Ah, doch. Freddy ohne Strom. Freddy hat keinen Strom. Er kann dir erst zu Beginn der nächsten Stunde wieder helfen. Nett. Okay? Okay? Ich bin sehr schuldig. Ich bin sehr schuldig. Der Recharge-Cycle hat noch nicht gesündigt, als ich dich gefunden habe. Du musst weitergehen ohne mich. Ich werde dich auf die Fas-Watze, in der Fall, wenn du in irgendwelche Probleme bist. Ich weiß nicht, ob ich das kann alleine machen. Nein! Lass mich nicht alleine! Hm! Hä? Äh? 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 Also, ich guck da jetzt nochmal, ob, ähm... Ich da die, äh... Helligkeit dann etwas, ähm... höher stellen kann, ey. Oh, doch. Das wäre vielleicht ganz hilfreich für Farben. Aha! Äh. Ich geh jetzt einfach mal übernehmen. So. Gucken. Oh. 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 Das ist ja jetzt das... Äh. Also, ich sehe auf jeden Fall jetzt mal besser. Oh, guck mal, da ist eine Tasche. Verwahrung der Lebensmittel. Achtung Küchenpersonal, alle Lebensmittel müssen nach Dienstschluss weggereimt werden. Chika wurde dabei erwischt, wie sie nachts in der Küche aus dem Müll gefressen hat. Die Wartungsreparaturen sind kostspielig und werden vom Gehalt des Küchenpersonals abgezogen. Geschäftsleitung. Sehr nett. Achso, das haben wir ja schon gelesen. Und das war... Okay. Okay. So. Äh, so. Wo geht's denn hier lang? Hier wahrscheinlich. Ah, nee. Äh. Achso, ich könnte speichern. So. Äh. Gucken wir uns doch um hier. Geht's hier lang? Weil es ist doch auch zu. Oder sind wir dann von da... Nee, wir sind dann von da gekommen. Sag mal. Oder muss ich da lang? Oh ja. Oh ja. Ähm. Ähm. Oh. Drücke X zum Umwärmen von Gegenständen, um Bots abzulenken. Lass dich nicht erwischen. Äh, okay. Ähm. Äh. Nö. 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 Bedeutet, dass gerade ein Bot nach der Sucht. Und rote bedeutet, dass du gefunden wurdest. Okay. Äh. Und nun? This area is off limits. Iiiiihah. Okay. Ähm. Das ähm. Achso. Wenn du eine Nachrichtentasche einsammelst. Äh. Okay. Das konnte ich nicht mal lesen. Ähm. 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 Zeitung. Okay, also das hat schon mal gut angefangen. Das war doch nicht so gut. Mhm. Ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Soll ich da irgendwie... Ach so, schleichen. Ah. Oh. Äh, Sprinten und Ausdauer. Halten. L, L gedrückt wird zum Sprinten. Du kannst nicht ewig sprinten. Äh, okay. Ah, ja, okay. Mhm. Äh. Ich duck mich mal. Mhm. Kann ich da rein? Ah, ja. Äh. Ist der drin? Ist da was? Hm. Nee. Äh. Hier. Ah. Okay. Ah, okay. Das war die Tür, wo ich eben rein bin. Hä? Hä? Was war? Was, 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 was? Ah. Speichern. Ja, speichern ist immer gut. Äh, ja. Hm. So dunkel. Hm? Okay. There you are. Nee. Es ist alle egal. Ah. Eee. Iee. Ah. Laufen, 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 laufen. Iee. Oh, wo muss ich lang? Hier, 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 hier. Geh-lauf-lauf-lauf-lauf-lauf-lauf-lauf-lauf-lauf! Eee! Waaaah eeeeee! Laufen-laufen-laufen-laufen-laufen-laufen-laufen-laufen. Woh muss lang? Woh muss lang? Eeee! Eeee! Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Hee-ha-he-ha-hie! Ho-ho! Aaaaah! Oh mein Gott. Aaaaaah! 9.5.. Okay Okay, fängt schon gut an Ah Ah Masks are everything Ah Ah Ne, 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 ne Ah Ah No, 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 no Lauf, lauf, lauf Ah Ah Hmm There you are Lalalalalala Ah, lauf doch, warum Der Drecksling Nein, hab ich nicht Ah So Äh, das ist aber auch richtig dumm aufgebaut, ey Äh, jetzt so Oh Ah Lauf doch, lauf doch, lauf doch, lauf doch Ah Well done, Gregory Äh 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 Okay Äh 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 Oh, 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 okay Äh, ja, und nu Und nu Das ist Gas Äh Äh, okay Äh, was soll ich denn jetzt tun? Äh Äh, Äh 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 Äh, äh Äh Ich glaube, ich speichere erstmal Äh, speichern Äh Äh Aha, ich kann mich also da drin verstecken Interesting Weiß ich nur nicht Oh, ich verschrette, ich verschrette, ich verschrette Wo ist denn? Ich Hör doch was Aber wo? Äh Äh Hii Ja, bitte Oh Oh Ah, die frisst wieder Müll, die Alte Nett Oh Sieht man, wo ich mich verstecke? Das wäre ja mal interessant zu wissen Die ist doch in der Nähe von mir Die ist doch in der Nähe von mir Wo bin ich denn? Sehr cool zu wissen, wo ich bin Äh 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 Okay Hä War die jetzt nicht Wo ist denn die jetzt? Ich glaube, die ist weg Oh Geht's hier raus? Oh No 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 Wait I'm still here Now what am I supposed to do? How unfortunate Gregory You missed your chance But there is still hope You should be able to escape when the security doors reopen at 6am Until then Keep moving And try not to draw attention to yourself If there is another way out I will help you find it I promise Äh, okay Okay Ich glaube, ich speichere mal Ja Äh, so Und, und, nu Und, nu Und, 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 und Ah Ähm Ähm Diese Turnstiles require a complimentary pizzaplex entry pass There should be one located near the main entrance Äh, okay Es wäre doch Hier Irgendwo Oder Äh 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 Ist aber nix Da ist nichts Okay Ich guck mal hier Essen Ne, warte mal Von da bin ich doch gekommen Ich geh da bestimmt nicht zurück, nö Aber irgendwo muss es doch, irgendwo muss es sein Äh, vielleicht hier Äh Ist da was Hallo Komme ich da irgendwie hin Guck mal da rein Nö Ich bin da rein Ich bin da rein Ich bin da rein Ah, dann lass es halt Ähm Sieht mich jetzt aber nicht da, ne Äh, wo ist denn denn die Ich hätte gerne eine Heintrittskarte Lass mich rein, lass mich rein Ach Mein Gott Da Ich seh es doch ein Oh Bye Ja, ne gratis Eintrittskarte Wunderschön, vielen Dank Danke Auf Wiedersehen So Ach, nö Ach, nö Wie unlogisch Da hinten ist die Alte und frisst wieder Müll, Alter Wir sind von da hinten gekommen Wie geht das? Wie geht das? Hm So Wie soll ich jetzt an der Alten einfach unbemerkt vorbeikommen? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Wir sind ein... Ach, Chica läuft da um jetzt. So. Wo ist denn die Alte? Ah. Aber... Komme ich da jetzt einfach hoch, ohne dass die mich sieht, oder? Hm, ich verstecke mich mal. So. Äh. Wo rennt denn die Alte rum? Äh. Äh. Aha. Das sieht man ein bisschen mehr. Was willst du denn das wissen? Ah, da unten stolziert sie, die Alte. Aber wenn ich jetzt da oben drin bin. Ja, und da läuft sie jetzt gerade hoch. Okay, alles klar. Das bedeutet warten. Aber gibt's nicht noch eine andere Blickmöglichkeit, wo ich das etwas besser sehe? Was? Okay, ich komme da raus. Ah. Oh ja, ich merke schon, wie der Controller vibriert. Ich hätte jetzt gesagt, am schlauesten ist es ja jetzt zu warten, bis die Alte wieder da runterläuft. Und dann gehe ich da raus. Und, äh... Ja, lauf mal schön runter. Okay. Dann, äh, raus. Und ich schleiche. Kameras überprüfen. Denk daran, die Sicherheitskameras zu nutzen, um Gegner zu lokalisieren. Äh, Sicherheitskameras können in Pizzaplex jederzeit auch deine Fastwatch. angesehen werden. Okay. Ach, dass ich über X gedrückt halten muss. Äh, ah, na, 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 na. I don't like this. Oh. Das geht dich gar nichts an. Sieht er mich von da hinten? Ich weiß nicht. Ah, nö, okay. Okay, was haben wir hier? Inspektionslüftung. Danke, dass Sie sich an Billigheimer Bauwänden. Wir haben die Vollinspektion durchgeführt und keinerlei Fehler an Ihrem Belüftungssystem gefunden. Das laute Scheppern, das Krachen und die scharrenden Geräusche, die Sie gemeldet haben, waren nicht reproduzierbar. Rufen Sie uns an, wenn es nochmal vorkommt. Rechnung liegt bei Kief. Okay. Whatever you mean, that means Lauf doch, lauf, 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 lauf. So. Was ist da? Was ist das? Was haben wir hier? Kann ich hier gucken? Okay, hier kann man sich verstecken. Finde ich nicht so toll. Was ist das? Exotic beverage. Okay. Und jetzt wohin? Oh. Okay. Okay. Achso. Da kann man gar nicht. Okay. Hm. Äh. Ah. Okay. Okay. Kann man sich verstecken? Kurz gucken. Verstecken. Ah, da ist wieder so eine Tasche. Hi, Dave. Hi, Dave. Kundenbeschwerde. Ihr solltet Dave herauswerfen. Er ist scheiße. Nett. Hahaha. Ah. Okay. Ah. Es ist nicht mein Pass. Kein erneuter Zutritt-Upgrade-Apparat-Hacken. Ja, und wie mache ich das? Okay, dann gucken wir uns halt eben weiter um. Ähm, ähm, habe ich da rüber gesprungen? Oh, ne, ich kann rüber. Doch, ich kann rüber springen. Oh, wenn ich das gewusst hätte. Komm, wir gucken mal. Gucken. Ähm. Komm, wir gucken mal. Äh, komm, ich da wieder rüber gesprungen? Kann ich da rüber springen? Äh, nein. Äh, okay. Äh, mein Gott. Das Telefon sieht so aufgemalt aus. Hä? Was ist das? Wieso sind hier Teller? Äh. Okay. Hm. Gegenstand erforderlich. Keep magnets away from the machine. Hm. Muss ich da jetzt wieder hoch? Ist nix. Hm. Let's go sneaky, Charlie. Sneaky. Ahahaha. Oh. Schrappschieß. Wo ist er denn? Der Tube. Doopie. Bristol. verstecken ich habe mich erdrückt scheiße kacke wo ist die alte jetzt scheiße ich bin nicht da wo 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 ist sie da rum geht doch raus da auch schön es muss ich erst mal warten ach mann so jetzt steht die da rum so ich kann da jetzt erst mal raus wo jetzt ist die da und das kann ich ausnutzen muss ich da rein muss ich da rein muss ich da bezweifle ich auf oh 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 hoppada hoppada oh 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 hoppada oh hoppada oh Ach, verdammt! Hä? Was ist denn die Kamera dafür? Ich will da rüber, ich will gucken! Nee. Ich weiß ja nicht mal... Ah! Ja, und wo ist jetzt, ähm... Chica! Ah! So, ähm... Wo bin ich jetzt? Hier bin ich drin und er... sucht... Mein Gott! So, äh... Kann man hier irgendwo speichern? Hm? Hm? Lame! Oh, I am sorry, Gregory! I am... truly sorry! Hm? Okay... Stimmt, da stand was von wegen, ähm... Irgendwas mit Magneten... in dem... Kartenautomat... Jetzt ist die Frage... Ich könnte... Kann man da nicht rauf? Ah... Daran... Kann ich mich erinnern, wenn ich den Knopf da aufmache... könnte ich... die Treppe da hoch? Die Frage ist, was geht schneller? Gehe ich lieber hinten rum? Und guck, dass ich mich nicht erwischen lasse... Oder gehe ich dir... Nee, ich gehe lieber die Treppe wieder hoch, glaube ich... Das wäre vielleicht, ähm... Ja, etwas schlauer! Jetzt muss ich nur warten... Guck... ähm... Gucken... Gucken... Gucken uns... Gucken uns... So... Mhm... Also... Ich muss sowieso erstmal auf der... Cam gucken... Ich kann auch da erst hin... Wenn... Wo ist Chica? Und... Ah, hier... So... Jetzt geht es sowieso nicht, weil die Alte läuft ja hier hoch... Das heißt, ich muss warten, bis die Alte wieder da runter läuft... Huch... Und, ähm... Erst dann kann ich da raus... Gönn mir mal ein paar Chips bis dahin... Mh... 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 So... Jetzt läuft die da hin... Und dann bleibt es erstmal 1000 Stunden stehen... Und dann... Es geht sich nichts an, wo ich bin... Das werde ich dir nicht sagen... Mh... 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 Nein! Nein! Kagoom. Oh Mann. Ach, Mann ey, das darf doch nicht wahr sein. Ach, Dreck ey. Miststück. Nee. Ach, Kacke. Ich glaube, ich weiß, wie ich es das nächste Mal mache. Naja. Okay, gut. Dann machen wir erst mal zu. Und warten dann für das nächste Mal. Genau. Ich danke schon mal fürs, ähm, zusehen. Und, ähm, dann, ähm, beende ich jetzt erst mal diesen Part. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Also, bis dann. Bye. 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 Bye.